Hallo und herzlich Willkommen hier bei der Preise es heiss und heute im Angebot drei große Krabben hier das jamekanische Modell mit einer perfekten Rundung oben ist einer Oh nein der hat einmal LMG3 Hab ich, easy Noob get wrecked Oh, Alter 3 ohne Kronen Sachen wärs der Aufzug, oder? Da hast du überhaupt Kronen Sachen an Der hat keine Ahnung Äh doch, unterm Skin kann man die sehen Aber oah, vielleicht hat er einen Skin an Tai hat er einen Skin an Ah, ich guck gerade Ich hör ihn Bitte dir, du bist ja lang gekommen Ja Oh ja, geil Tai ralliert natürlich immer wieder hier Ja, in der Leichen lag die äh Bombe Hier verstehe ich Wieder eins, oder? No jumping Du darfst nicht die Bombe nehmen Du brauchst nämlich immer länger zum Platzieren Hinschießen am schnitz Die machen die weg Nein, geht nicht mehr Gar nicht Jetzt nicht mehr Alter Jetzt müssen wir halt schnell mehr, länger schützen Ah, mich hat's, ich bin auf der linken Seite gestorben Ist da jemand? Es geht, es geht, 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 go, go, go Ja Ja Nochmal blieben, bitte Ja, dauert kurz Nein Da haben sie uns rasiert Ja, hab ich Ah, schade Der Inji hat entschärft Ja Lingen ja relativ schnell Gehen wir so zwei Eine in die Bombe Ja Ich geh aus drum Und schütz dann den hinteren Gang von deren Base Okay Das ist mit der Piledriver nicht schlug Ich denke bestimmt, wir gehen wieder zu eins Bombe ist platziert Ja, teilweise stellen wir hier eine Claymore noch hin Ja Wow, steht ja wie das Diese kommen wir vom Mittelgang jetzt raus Ich bin hier gerade bisschen platt Aber kannst du dich wiederholen? Da ist eigentlich nichts Jaaaa Mach mal Ey, hört mich auch Der Teil von hinten Oh Hört mich auch Ah, betrachten sie Ja Schade Ja 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 Vorsicht auf die Bombe Ja Ich bin extra nicht gerannt Ich hab's gesehen Das ist bei uns voll oft so Außer Teil oder Gameplayer glaube ich Brennen Voll wieder einfach zurück Beim Arsch anfangen Ist auch immer gut Aha Geil Ich hab ihn gemarkt Und du hast ihn dann noch komplett fertig gemacht Mit der Nade Uiuiuiui Nade Aber ich mach jetzt was Ich lauf hinten rum Ja Mach das Ah, hinten bei zwei Boah, oben, oben, oben Ist noch einer Der kommt jetzt durch den Mittelgang Harek Ja, okay Genau da ist er lang Oben ist auch einer Den Chef Einen hab ich Jetzt schlitter ich Wär schön Wär schön Gimma Jetzt werd ich schon Glamour erwischt Hast du noch mal lange gebraucht Ja, ja Eins Ja, eins Prima, eins nochmal Ja Die letzte Angreiferung Oh, die sind da Vorsicht, Granate Weg, weg, weg Ich schau hinten Was ist jetzt? Weg, weg, weg Geil Ich hab ihn gekillt Durch meine Granate Nice Nice, man Ich hab ihn da hinten rum Mal Oben, oben, oben Die sind alle im Mittelgang Ja, LMG3, alle Bei der zwei Äh, der eine geht Havik oben Ähm Ah, scheiße Der ist bei der Ah, der war Ja, genau Und hinter dir müsste jetzt auch Gleich einer kommen Durch den Mittelgang Ja, sehr schön Ja Double kill Nächste Runde nehm ich mal Schütze Wenn jemand will, kann der ja mehr Ich nehm auch Schütze Passt hier im Mittelgang Oben auch Kommen bei eins, hab ich ihn gesehen Vorsicht, Jumping Du bist Passt du Alter, ich bin ganz tot Was, ich kann dir Ich bin nicht heilen Weg Ja, ich hab ja Ich bin ganz fix dann Heilt das auch? Ja, ja Ich hab komplett alles Das mich Ich regenerier mich Ja Ich fett selber Okay Zwei hab ich Zwei hab ich Nein, den vierten krieg ich Ohohoho Nice Jungs Lol, nice Rasiert So, jetzt ist der F1000 Noob mit der Tube da Oha Fast auf Ja, die haben ja auch mit der Tube gespielt Also wird Jojo, und die haben keine Regeln aufgestellt Also Ich hab einen gemarkt Oben sind sie nicht Nice Da ist noch einer Mit deren Base ist einer Mit deren Base ist einer Boah Drei Ja genau Wer kommt da Alter, wie hab ich noch? 70 Punkte gegeben Komm Oh, sorry Wo ist sie nicht verspielt worden? Wer zwei Er kommt Ah weg Genau, weg hast du gut gemacht Wer zwei Nur noch der eine, Inji Okay Passt auf auf die Minion Jungs Ja Warten wir zusammen, dass wir alle gemeinsam angreifen Ich glaub der ist oben Ich glaub der ist oben Ihr müsst euch beeilen 27 Oh, der ist in der Ecke Der Drecksack Er hat mich Ganz nix in der Ecke Kommt jetzt zur Bombe Zur zwei Geht zusammen Jungs Okay, aufpassen auf Minen Jungs Aufpassen auf Minen Keine da Keine da Das darf man nicht Ich entscheide Doch, doch, doch Schaff ich Muss nur auf E bleiben Ich bin runter Oh Ja Eine fucking Sekunde Ja ich weiß Steht Wie in so nem richtigen Wollen die Aussage Ja das schaff ich Muss nur auf E bleiben Oh ich bin runter Das ist mir mal passiert Aber da hatte ich noch genug Zeit Da kommt kein super Spruch oder außer Du bist nochmal neu Wir sind rechts bei eins Oben Ja ich glaub wieder Rohr Oben, oben Oben, oben Äh, Skiller kannst du mich wiederbeleben Keine Medik Oh, fuck Keine Medik Medik Und der Weg wieder Da füllt jemand hoch Oh, reported Oben Oben Wir sind immer die Brandierer Loser Waschbasten Oben Taktiv Oben Kaltiv Wartel kommt auch Wartel kommt von hinten Ja Sehr schön Jaa, wunderschön Oah Ich habe grade alle aus dieser Runde gekillt Sehr schön Alle Sehr schön So gut ey Ich hab eine Herausforderung abgeschlossen Herzlichen Glückwunsch Und zwar Detonator Vielen Dank.